Ein Mann mit einem Arm war sehr traurig in der Stadt unterwegs. Er sah einen anderen Mann, der gar keine Arme hatte, der jedoch sehr fröhlich vor sich hinhüpfte. Der einarmige Mann fragte sich, wieso ist der fröhlich, obwohl er gar keine Arme hat? Ich habe einen und bin jeden Tag traurig. Er ging auf ihn zu und fragte ihn, Ey, Duda, wie kann das sein, dass du so fröhlich bist, obwohl du gar keine Arme hast, während ich einen Arm habe, aber so traurig bin? Was für fröhlich, Mann, mein Arschdorf hüpft und ich kann dir nicht kratzen, wenn ich gar Hohen so...